Und da geht es für die beiden Coaches zurück in ihre Dugouts. Und sobald die da angekommen sind, können wir auch schon fast starten. Zur Klärung nur nochmal die Heidenheim-Heideköpfe, die wir hier im Bild sehen. Sascha Lutz putzt da noch Zähne. Das ist interessant. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Und da sehen wir die Ampeye auch nochmal mit Aufwärmübungen.